Musik Fionn at the turn of the 20th century is very conservative Gustav Klimt sagt man, es war ein fäscher Kerl It was revolutionary Irwin Schiele ist Jahrzehnte lang als einer der großen erotischen Künstler rubriziert worden The woman is no longer passive She jumps out Desires neurosis impulses as intolerable obscenities I have kissed your mouth There was a bitter taste on your lips Was it the taste of blood? To each time it's truth and for art it's freedom That's very powerful to see the artist exposing himself in this way They show the kind of darker and multidimensional sides of Keine Kunst auf der Welt hat sich so auf die Gefühle des Menschen eingenassen What's in a kiss? Heaven or hell?